Moin so Leute, Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder ein BadRossFunCV und kurz vorab wollte ich noch sagen, dass wir kein BadRossClan, sondern ein KorsClan, was ihr wahrscheinlich schon wisst und deshalb sind wir auch keine Profis, also Tim und Tom, also Toxmos und Coctumos sind jetzt schon eher, ich sag mal, bessere Spieler an BadRoss, aber ich dagegen habe eher weniger Erfahrung deshalb nicht wundern, wenn ich richtig rein scheißen werde, aber ich hab mir gedacht, ich nehme mal heute ein BadRossFunCV für euch auf und lade es für euch hoch, weil Kors gibt es momentan nicht so viele Gegner beziehungsweise es gibt ja allgemein nicht viele Korsclans, die dann auch noch einen FunCV oder CW gegen uns wollen deshalb nehme ich jetzt einfach ein BadRossFunCV für euch auf und viel Spaß Ich mach doch gar nicht pro Damage, was dachte du keck. Obwohl... Was jetzt? Was ich mache? Ja, ich mach dir Equip, das droppe ich dir direkt Also mach dir eine Brust, den Rest hab ich hier Die fehlen ja durch... Doch schon... Das aber... Hey, hast du ein Web für mich, Tom und... Blöcke? Du kannst in eins reinspringen, sollen wir hinziehen auf den Turm? Oder ich bau dir hinzeln zum Turm? Hast du noch Bronze für mich, Damage? Soll ich dir hinzeln zum Turm bauen? Ne, nein... nicht hierher hätte ich kann 169 6 an das bett aber ich habe kein web und nichts und erzielt worden das ist gut wenn er in reichen hat und so macht er leichter zu tun ja ans bett aber muss ich alles nicht rein im herr nein und wenn sie ja wie muss es dann ein um das muss ich nicht die bauern und wo er auch von euch wird auch von euch da der mitstand schließungen er hat er muss ich nicht um und springen oder laufen sie machen die von unten durchbauen und lässt sich nur darunter fallen nicht bewegen wartet ihr noch auf mich kein bock ich habe auch kein kann die leiter meinst du ne einfach fallen lassen aber er muss ganz nach vorne ja nie und geht aber ein bisschen nach vorne und entspricht einfach wieder in der der mit falls ja ich ich hab die schon die können nicht zu der anbau der anbau ja die gehen alle weg der muss oder was er kann ich weg ich bin mit ihr auch ja ok wenn euch das video gefallen hat ich weiß es war es ein kurzes video aber wenn es euch gefallen hat ich lasse ankert hoch dann lasst ein like gelassen oder lassen kommentar schaut bei den anderen mails vorbei wie zum beispiel das youtube ist unten in der beschreibung verlinkt bis dann